Dieses Wochenende reißen wir das Bauwerk hier, die Anschlussstelle Neunkirchen-Vörden ab für einen Ersatzneubau. Schlichtweg, die Brücke war zu klein, die Autobahn wird breiter gebaut und deswegen war der Ersatzneubau zwingend notwendig. Wir haben gedacht, dass der Brückenabriss oder die Brücke fällt ein wenig später. Nein, sie ist wirklich sehr, sehr pünktlich gefallen, top koordiniert. Wir haben hier seit gestern Abend 22 Uhr sechs Hydraulikbagger, versuchen auf Hochdruck die Brücke abzubrechen. Wir liegen komplett im Zeitplan. Besser kann es nicht klappen. Dafür hatten wir monatelange darauf hingearbeitet. Nur bei einem Brückenabruf muss es einfach eine Hand in die andere hineingreifen, sonst können solche Baustellen nicht reibungslos umgesetzt und bewerkstelligt werden. Zurzeit die Brücke, wie man sieht, sie ist abgebrochen. Jetzt liegt sie unten und jetzt wird sie zerkleinert, damit sie auf dem Brech- und Mischplatzanlage gefahren werden kann und dass wir hoffentlich ab morgen 14 Uhr wieder den Verkehr fließen lassen können, damit der Verkehr nicht mehr beeinträchtigt wird. Aktuell haben wir klar, wie man es mitkriegt, leichte Verkehrsbeeinträchtigungen, aber die Verkehrsbeeinträchtigungen sind sehr, sehr gering. Dies kann man durch einen sagen, da wir erst ab 22 Uhr den Berufsverkehr noch komplett abgewartet haben und auch ab 14 Uhr wieder freigeben. Das bedeutet, der Berufsverkehr für die kommende Woche soll auch ungehindert fließen und damit machen wir die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich für den Verkehrsteilnehmer.